Hey Leute, wir kommen bei der ersten Folge von Little Nightmares II. Ja, ich muss sagen, den ersten Teil fand ich echt geil. Ich habe jetzt letztens den zweiten Teil gekauft und habe gedacht, den nehmen wir doch mal auf. Und ich würde dann sagen, wir starten mal Dreck. Und ich würde dann sagen, wir starten mal Dreck. So fühle ich mich auch immer, wenn ich nach Hause gehe und ich bin voll bis zum Geld nicht mehr. Der Weg zieht sich echt in die Länge. Ja, erstmal gucken. Okay, das springen, das greifen, das... Ja, also alles wie vorher. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Puh, das war knapp. Ah. So, haben wir das auch. Woops. Die sind da. Nein! Aargh, Gott! Danke! Ja, was stört mich hier? Wenn ich da jetzt hier überlaufe, gibt schon die Pfanne los. Okay. Da ist er wieder. Also heißt, ich muss den Schuh da reinwerfen. Oh. Oh. Okay. 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 Was? Nee. Das ist echt creepy Okay, das ist gar kein Ich würde nur noch fehlen, wenn der da aufsteht und sagt, hier ist Johnny Bye Bye Also ich wäre auch weggelaufen So Guck einfach mal Hätte ja sein können, dass hier was ist Oh Familiar fuckface Ja Ja Guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, nein! Hmm... Okay, wir haben ein bisschen was sehen... Hier oben kann man gar nicht lang... Nein, hier ist nix... Ah, okay, einfach ja neulich schon... Lieber Arm dran als Arm ab, wat... Okay... 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 Na, bitte mich mal doch dann hier fahren... Hallo... Wie hier raus? Okay... 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 Ja, immerhin tut's nicht weh... Okay... 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 Hmm... Das war's. Oh, kacke, kacke. Oh. Scheiße. Oh, kacke. 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 Oh, kacke.